Hallo Leute! Hier habe ich gerade über jemanden ausgedenkt, Entschuldigung. Ja, welche Jägerin ist jetzt schon wieder da? I'm better at Cornfield! Ja, da sind wir dabei! Wir haben die Krankenschwester als Gegner. Also habt ihr eigentlich gleich das Spiel. Es ist immer frei, denn es ist Sommer. Und was ist schon dabei? Yeah, 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 yeah. Immer diese Schlagers hier. Schlagers? Schlagers. Okay. Wir schlagen uns hier durch. Das gehen wir noch mal tun. Ja, du kannst... Oh, ups. Nichts, nichts, nichts. Ich sollte ruhig sein dabei. Alles klar! Nacht, Jo! Ich glaube, wir sollten... Oh Gott! Nein, bleib beim Generator, den ihr gerade gemacht habt. Komm, 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 komm! Da gab's nen Schlitz. Da gab's nen Schlitz. Schlitz, schütz! Was?! Gut, was macht ihr? Finde ich auch interessant. Saphir, der ist wieder geheilt. Und Chris ist dafür verwundet. Was stellt ihr an? Aber die Humpel noch, die ist nicht geheilt. Achso, ne, ich hab's irgendwie grad verwechselt. Dann war das der andere. Schade, hätt' ja klappen können. Achso! Achso! Das ist die falsche Task. Nein, nein! Was, würdest du mich töten? Ne. Nein, ich wusste nicht, die auch nicht passt. Hey, Joko. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Hallo! Dasselbe, dasselbe... Ich hab meine Socken nicht gewechselt. Ähm, wie beim Fehlkasten. Dann ist die nicht in Ruhe. Nein, 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 nein. Ciao. Ich hatte kein Lieblingsnähen hier. Jaja, ich bin immer das Opfer. Hä? Ich rede grad mit einem Zuschauer. Also... Ich dachte grad, wo ist sie? Wieso? Hä? Ich bin prädestioniert dafür, Opfer zu sein. ein bisschen nicht gefolgt möchte ich nicht gesehen haben neun von zehn leute haben nix gegen mobbing und ich werde gerne gemacht echt verstehe ich stehe auch drauf wenn man mich verprügelt und so okay okay ja alles klar ich muss los leute macht's gut ach so ich hab dich nicht gesehen ich hab hinten keine augen soll ich sag da extra hinter dir ach so ich hab das nicht gehört ach der ist schon hier umkommt ja ja den hab ich gemacht wir wollen sie voll verraten eigentlich wo müssen wir jetzt hin ich hänge ihn noch ich helfe gerade jemanden ok dann mach ich gerne was ja christen muss man definitiv geheilt werden also es ach nee da kann ein bisschen blut ich blute gern ok was wir haben schon den ausgang ja sie ja meine arbeit das ging jetzt irgendwie flott hey im ende habe ich auch eingemacht ein generator ich hab zwei klubs gemütet viel glück zum nicht geburtstag viel glück ok Okay. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Lass mich doch laufen! Ist die Tür offen? Oh nein! Hä? Ich war da schon drüber. Nein! Lass uns! Was machst du da hinten? Wir spielen. Wir spielen. Ein bisschen. Wenn man auf dem Boden liegt, drück M1 bitte mal. Erst mal austasten. Nein. Nein, ich muss ja kämpfen. Nein! Das sieht ein bisschen aus, als hättest du mal an die Möpse gefasst. Ja, egal. Ja, egal. Ach, nö! Lass mich bitte gehen! Ich will zu meinen Freunden, bitte! Nein, tu mir das nicht an! Nein! Lauf, Schlampe! Lauf! Rettet euch! Rettet euch einfach! Haben wir schon! Ja! Nein! Niemals! Renn, 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 renn! Safiria, wie viele Punkte du gemacht hast! Was? 5.000? Nein, 13.000 hast du gemacht. Jetzt echt? Chris! Ich hab's mit den Kratoren gemacht, glaub ich. Sogar mehr als Max. Komm her, komm her, Chris! Ja, ich werd langsam gut im Überleben. Ja, ganz stolz auf dich. Danke! Lauf der Mauer hier! Naja, sonst kann ich nicht weiß, wenn ich immer so abkacke. Nein, lauf doch! Nein, fuck! Lauf, die Mauer entlang! Nein, nein, nein! Ich würd dich nicht zurücklassen! Lauf! Doch, mach! Ich schaff das nicht! 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 Boah, ich muss mich jetzt erstmal ausbauen. Von daher... Chris! Ich... Ich seh's! Ich seh's! Ich seh's! Ich seh's! Wie geil ist das denn? Falsche Richtung, Chris! Jetzt haut doch ab! Hau doch ab, Mann! Jetzt, ob man sich einmal und sowas, ey! Vor allem bist du unauffällig, Chris! Ihr macht's spannend! Nee, ich seh ihn ja grad überhaupt nicht! Also, ich krieg das ja hin! Scheiße! Geh's raus! Oh nein! Ich will das aber nicht! Nein, 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 nein! Okay, ich muss! Ich muss! Ich muss! Was für jetzt die Produktion? Ach Mann! Vielen Dank.